Musik Wir werden am Ende dieses Jahres das Vorkrisenniveau erreicht haben. Wir werden in der Lage sein, in diesem Jahr weiter nach vorne zu gehen, zum zweiten Mal hintereinander deutlich die Bundesrepublik Deutschland, was die Wirtschaftsentwicklung angeht, hinter uns zu lassen. Und insofern wird dieses Jahr ein äußerst erfolgreiches Jahr für die saarländische Wirtschaft werden. Diejenigen, die das Wirtschaftsministerium genauer verfolgen, die wissen, dass ich eine relativ pessimistische Prognose angegeben habe, was die Insolvenzen für das Jahr 2010 und teilweise für das Jahr 2011 angeht, gestellt habe. Ich darf diese pessimistischen Prognosen korrigieren. Während wir im ersten Halbjahr 2010 noch auf Rekordniveau von 2009 gewesen sind, wir haben 2009 441 Insolvenzen gehabt, die höchsten Insolvenzen in der Geschichte des Saarlandes. Im ersten Halbjahr 2010 haben wir auf dem Rekordniveau ebenfalls gelegen, haben wir uns im zweiten Halbjahr deutlich nach unten entwickelt, was die Insolvenzen angeht. Zweites Thema ist die Fragestellung der Ausbildungsverträge. Und dort ist es so, dass die Ausbildungsverträge um 3,6 Prozent zurückgegangen sind, was sich ja zunächst mal negativ anhört. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass wir demografisch bedingt 1.400 weniger Schulabgänger gehabt haben. Wenn Sie jetzt noch mal das im Gesamtkontext sehen, so liegen wir nach wie vor bei den entscheidenden Parametern im bundesweiten Wettbewerb auf Platz 2. Also will heißen, sowohl bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen je 10.000 Einwohner, 82,6, Platz 2 aller 16 Bundesländer, als auch bei der Fragestellung, wie viele Angebote wir haben und wie viele Nachfrager wir haben, liegen wir bei 104 Stellen pro Bewerber. Auch das ist Platz 2 aller 16 Bundesländer. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir im Jahresdurchschnitt 33.000 Arbeitslose erreichen können. Was bedeuten würde, dass wir im November bei deutlich unter 33.000 liegen, das wird dann Richtung 31.000, 31.500 gehen können am Ende diesen Jahres, also im November. Immer vorausgesetzt, dass die Konjunktur so weitergeht wie bisher. Also wenn irgendwas platzt, dann stimmen die Prognosen natürlich nicht mehr. Aber allein diese Zahlen zeigen eben auch, in welche Richtung wir unterwegs sind, nämlich dramatisch in Richtung Fachkräftemangel. Das wird die Herausforderung der Zukunft sein, weshalb unser Haus der Meinung ist, dass wir diesen Pakt, den wir auch vorbereiten, also diese Weiterentwicklung des Ausbildungspaktes, den Sie alle kennen, zu einem Pakt für Ausbildung und Qualifizierung gegen Fachkräftemangel, dass wir diesen Pakt auch wirklich abschließen müssen, um dann ganz konkrete Handlungsanweisungen zu haben von Seiten der Landesregierung, aber auch von Seiten der Wirtschaft. Und es würde mich freuen, wenn andere, auch die Arbeitnehmerseite beispielsweise bereit wäre, sich an diesem Pakt als solches zu beteiligen. Lassen wir als letzten Punkt ansprechen, das Thema Stimmung in der Wirtschaft, sowohl was Deutschland insgesamt angeht, als auch was das Saarland angeht. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist so gut wie seit 1991 nicht mehr. IHK-Konjunkturklimaindex liegt nach wie vor auf einem extrem stabilen, hohen Niveau. Der Erwartungsindikator ist auf einem Dreijahreshoch, also höher als vor der Krise. Und der Handwerkskammergeschäftsklimaindex ist auf einem Niveau, das in den letzten zehn Jahren nicht erreicht worden ist. Also die Erwartungen von Seiten der Wirtschaft in der Breite ist entsprechend positiv. Was die Insolvenzen betrifft, also das, was bei uns bei runden Tischen bei der Servicestelle Mittelstand aufschlägt, so ist das auf einem sehr niedrigen Niveau. Vor diesem Hintergrund wird das Jahr 2011, wenn es denn keine weltweiten Konjunkturprobleme geben sollte, ein äußerst, äußerst gutes Jahr für die saarländische Wirtschaft. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich Ihnen diese guten Prognosen und Dinge hier an dieser Stelle mitteilen darf. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.